Hey ihr Lieben, Weihnachten ist zwar schon vorbei, aber diese Holiday Event Map macht trotzdem einen riesen Spaß. In diesem Video zocken wir den Modus Gun Game. Viel Spaß beim Anschauen. So, los geht's. Jetzt habe ich eine andere Waffe. Oh, ich stürfe runter. Ich habe eine andere Waffe. Oh mein Gott, ich bin von einem riesigen Tisch gestürzt. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Oh mein. Oh, das ist schön, die Karte. Oh, hier ist Geld. Ich will Geld haben. Komm mal, springen vorne hin. Ach, ist das hübsch hier. Ist das süß. Oh. Oh, ist das voll schön hier. Kann man schon der Bahn über fahren werden? Ich lecke dieser Web so hart. Bitte was? Ich werde angeschossen. Ich möchte doch die Karte erkundeln. Was geil ist, du musst dich einfach mal an den Zug stellen. Das leckt zwar wie sonst was da drinne. Alter, verzieht die Waffe ins grobene Struff. Was ist das denn für ein geiler, Mann? Keine Muni mehr. Oh. Ah, von der Kammer. Aufhälten wurde ich erschrocken. Ich wurde direkt gespawnt vor dir. Ach, Mann, ey. Das ist, glaube ich, nicht mal eine Rinderkarte. So. Oh, Mann, ey. Das muss doch nicht noch... Alter. Wie ich renne. Au. Ich renne jetzt einfach den Zug her. Geil wird am Ende. Du hast dann bloß noch das Messer, ne? Schlimm wird's, wenn du die Vector hast. Das kriegst du gar nichts mehr. Ja, das hatten wir gestern, ne? Kann man in den Zug rein? Ja, kann man. Ja, wie? Nur von der rechten Seite. Äh, linken Seite. Nur von der linken Seite. Ich kann mich gar nicht auf das Spielen konzentrieren, weil es hier so tolle Sachen zu entdecken gibt. Wow. So. So, sag ich jetzt auch für Weihnachten ab, ne? Ey, warum erschießt du mich? Ich will doch einfach Weihnachten genießen, Leute. Dafür bist du aber ein bisschen spät. Ja, das ist sicher. Oh, mein Neues. Das ist gut, wenn du das. Das ohne, oder? Oh, schon, Junge. Oh. Oh, hier ist Geld für mich ganz großes. Oh, da hab ich dich, ja? Da wird mein Laden. Hinter dir, hab ich dich gekriegt. Doch, ich hab dich schon. Ich bin in einem Geschenk drin. Oh, du willst die Karte nicht nur Weihnachten sein. Hinter dir, hinter dir. Von hinten, hinter dir. Ja, hinter dir auch. Echt der? Ja, ich hab mal der. Ihr verwirrt mich. Das ist mir jetzt zu bahnen. Jetzt hab ich die wegflossen. Oh, man kann jetzt das Magazin rausschlagen. Mit einem alten. Ja, ja. Das, das kannst du vorher auch schon. Juh, echt, das hat sonst immer nicht geklappt. Auch wenn man mal nicht mit seiner Waffe spielt, ey. Dann geht das gar nicht schief. Alter, hier laufen so viele blaue Spieler rum, das ist ja schlimm. Was? Der schief da auf den Tisch geflogen. Der ist gespoll, auf jeden Fall. Und, 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 und... Ich werde sterben, ich bin tot! Dann wird sie nichts zu definieren. Ach boah! Sollt ihr hier ne Grafikkarte rum oder was ist das? Grafikkarte? Was? Die will ich haben. Ich auch. Rollt euch die Grafikkarte. Welche Grafikkarte? Nee, ach nee. Ich hab hier ne Zitrone. Und den Tod hab ich auch. Wieso wirst du hinter mir gespawrt? Ich bin nicht hinter dir gespawrt. Ich krieg immer so ne seltsamen Waffen. Ja, die werden immer schlimmer aber auch. Ja, ich merk schon. Ich bin jetzt bei der hässlichen Waffe. Ja, ich war bei der Pumpgun. Lektor hab ich schon, ich hab Pumpgun jetzt gehabt. Ach, ich hab jemanden. Ah, ich hab das G3 jetzt. Hier. Ich will in die Bahn! Fuck! Hey, warum ist denn da ein Gegner in der Bahn? Das ist voll fies, ey. Ich wollte damit einsteigen. Eko sitzt in der Bahn und ist halt alles einfach für mich. Ich hab's ja auf die G36. Ja! Oh, von links! Pass auf! Oh! Oh! Eko hat's schon. Oh! 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 Oh Mann! Entschuldigung! Oh! 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 weil eine Waffe meine Waffe hat. Achso, ein Kommiss... Ich muss... Ich molde! Ich geh weg! Aaaaaa! Niki! Wie? Geh weg! Er ist wieder erschossen! Jetzt hab ich ... oh oh! Jetzt hab ich dich! Ja, schön. Ich bin schon bestimmt 2 Minuten hinter dir gelaufen. Ja, warum machst du sowas? Was hab ich denn jetzt für einen kurzen Stummelwaffe hier entdeckt? Ach, wir wollen. Hinter mir, ey. Ja, ich bin schon hinter dir gelaufen. Also mit Pistole ist auch scheiße. Ich wollte mit der Bahn fahren, aber da steht ein Gegner drin. Ich fahre mit der Bahn. Nein, ich bin weggerutscht. Jetzt warte, lass ich. Ui! Hallo! Hallo! Geil. Hallo! So, jetzt hab ich ihn überbeulge. Und jetzt? Jetzt muss ich Leute töten damit. Achso. Ich dachte, ich soll ihn als Keule nehmen. Oh, ist das cool! Oh, diese scheiß Punkern nachzuladen, ne? Ja. Nach jedem Schuss... Oh, wer war das denn jetzt? Das war meine Punker. Wer hat denn jetzt... Ich wollte ihn doch erschießen. Ja, ich hab den geklaut. Hallo, ich bin in der Bahn. Hallo! Hallo! Ja, ich schneide dich gleich raus. Nein, lass mich ein bisschen weiter fahren. Ist so schön. Oh! Oh! Au! Klopsi, du hast mich getötet! Hiploi! Hiploi! Ja, jetzt hab ich auch die Klopsi. Habt ihr Platz? Oh, der Scharan ist auch bei mir. Hallo, Scharan. Hallo! Ja, na, 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 na. 3 Sekunden, ne? 2, 1... Alle tot. Was spielt ihr noch für den Lab? Äh... Ich will einsteigen, wo ist die Bahn? Die künften Rolle. Ja, da vorne sind Leute! Welche Map für ihr? Ja. Ja. Ja, der ist voll, Alter. Oh Gott! Alter, blöde! Du! 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 Ich bin aus der... Ich hab grad mein Magazin aussehen ausgelöst. Au, mein Kopf steckt in der Schiene fest. Ah, ohne, ne, neben. Ja, wenn die Bahn drüber fährt, dann hat sie's ja eh am Gericht. Ah, vom Oberstein-Aim. Hab ich dich getötet? Ich kann nicht. Von oben! Oh nein, Nicky! Ja. Oh, von da oben! Ey, Nicky, hab dir recht. Dankeschön. Ah, da hinten ist halt die Bahn. Da kommt... Oh, da steht ein Gegner in der Bahn drin, oder? Ist das jemand von uns? Gegner in der Bahn, Achtung! Ach so, das ist Echo. Oh, was, was, was? Boah, jetzt! Aber... Aha! Wurde von einem Stuhl erschrocken! Ja! Gefährlicher Stuhl mit Stacheln! Wow! Ah, ich bin wieder in der Bahn! Aber jedes Mal muss man die Waffen wieder anders halten! Ja! Nein, ich stürze vom Tisch! Oh, Mann! Nicky, warum springst du immer vom Tisch? Die anderen fühlst du nicht dich selbst, also... Ja, äh, schön! Oh, 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 auf, auf! Ist jemand in der Bahn? Das ist ein eigener. Ja! Ja, ich bin in der Bahn! Äh! Jetzt bin ich hier schon wieder von der Stirn runter. Oh, tschallah! Ui! Alter! Jetzt hab ich nicht aufgepasst vor lauter Bahn und... ...seh ich nicht, ob da oben... Ach, das ist ein eigener. Ach, komm schon! Ach, komm schon! Ja, ich war in der Bahn! Boah, ich treffe jetzt gar nichts! Oh, das war doch mein Kuss! Nur noch die erste Waffe! Diese Waffe ist so schrecklich! Nein, der kriegt das Magazin nicht raus, ja! Jetzt hat doch schon wieder niemand auf mich geschossen! Ja! Kann ich auch von asozialischen Leuten einschießen! Ja! Ja, das war ich und du hast mich getötet! Was? Oh, die Bahn fertig! Oh, von rechts auch noch! Da war so ein Freak hier gerade! Da-dam-dam-dam-dam-dam Da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam! Oh, das war nur so schön! Man, wir machen aber Waffe los! Das ist so schön, dass ich nicht hole mich. Oh Leute! Jetzt habe ich alles gegen die Wand geschlagen, Scheiß. Wieder die Vector, ey. Ah, gut. Du bist schon mit der Vector schon wieder? Ja, jetzt habe ich die Schuss hinter mir. Ich habe da noch viel ähnliches Gewehr. Wir haben die ganze Zeit eine Afkala bei unserem Team. Da kommt einer auf den Schienlern hinter dir, Luxa! Stimmt doch! Ey, ich treffe Rotes rum! Ey, das muss ich nicht rinschießen. Das muss ich nachladen. Scheiße, ganze blöde Anstrengung. Aus der Hüfte, ey. Alter, wie schnell gehen die Magazine hier bitte leer von dieser freckigen Waffe. Ach, mit der Vector kann man noch gar nicht treffen. Nee, die ist voll erschissend. Ah, Pistole. Schön nach rangehen, dann geht's schnell. Au! Schön nach rangehen, dass er mal rankommt. Oh, das war schnell. Nein! Nein, das war ganz viel mal leer! Das war mein Glück. Au! Ist aber nicht so nett. Sie sind verfreundlich. Sie sind verfreundlich. Du bleibst doch mal stehen! Was? Was? Wo ist er denn jetzt? Tod. Ach, Alter! Ich mach jetzt nicht den Fehler und komm hier wieder ins Verderben. Ey, wie? Hatte ich nur einen Schuss geschrumpft? Oder? Nee, du musst halt mal runtergeschlungen. Jeden Schuss nachladen. Achso. Achso! Das wird weh. Einmal rückziehen wieder. Immer einmal rückziehen, ja. Dann kann ich ja mal ein Gunstock gar nicht nehmen. Nee, das ist schwierig. Was ist denn das für ein Scheiß? Hier vorne lade ich's noch. Hallo, Les. Der Waffe habe ich noch nie gespielt. Ah! Schaffe mir wer. Okay, ja. Oh, ist er nicht, nicht, nicht! Oh, ich hab gekauft. Nein, ich wollte doch gucken, wie der der Bahn hinterher rennt. Da ist einer der Bahn hinterher gerannt. Verraschung! Verdammt! Verdammt! Ich bin gerade gespawned, schlopsied! Du hast... Dein Spawn getötet. Spawn getötet? Du bist doch schon... Du hast dich schon bewegt. Man wird's bei dir im Replay sehen. Ich werd mich in... Bei dir rechentot Zugtyp. Der ist in einem Zug. Der Echtheit ist tot. Der Echtheit ist tot. Der Echtheit ist tot. Der Pistole, ey. Nur den Zug finden. Oh nein, der zeigt die anstrengende Schroffelte. Ach ne, ist er noch gar nicht getötet. Ah, verdammt! Ah, Schroffelte weg. Danke. Ja, das war die einfache. Ja. Oh! Au! Irgendwie ist es ganz viel leiser, aber oben. Jetzt hab ich den getroffen. So. So ist das schön. Ja, ja, den. So, wenn ich die auch mal treffen würde. Mit der Schroffel... Mit dem Schafel... Oh! Ey, Klopsi, das war so hinterhältig. Ja? Ach, das ist ja lustig. Ach, das ist ja lustig. Ach, das ist ja so. 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 Verdammt! Ich versuche immer mit dem... Ach, Entschuldigung. ...zu fuchten, um die Seite damit zu erschlagen, aber... Ich... Ich dachte, ich bin in meinem Geschenk da sicher. Ja. So, jetzt aber... Jetzt muss ich ja rein. Hallo. Jetzt einsteigen. Hey! Warum glaubst du mir den Kill? Hey! Was ich kann? Jetzt hab ich ein Messer. Au! Ich bin... Ja, ich bin... Was soll ich denn jetzt mit dem Messer... Leute anpicken? Hä? Jetzt bin ich hinten aus der Bahn rausgerutscht. Das ist ja unfair. Hey! Wenn du das jetzt noch vor siehst... Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Eko! Wo ist er? Wo ist er? Der hat mich getötet! Nein! Recht, recht, recht. Ey, lass das ein Durcheinander, ne? Alter, ohne Scheiß. Achso, ich kann das Messer ja auch werfen. Stimmt. Ja, dann hast du doch mal... Ah, bitte nicht auf mich. Hey! Hallo, jetzt darf ich mal mitfahren. Oh... Oh... Ah... Nein! 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 Ich hab kein Messer mehr! Verdammt! Scheiße, Gott! Ah, Mann! Ich hab mein Resale mehr, yes! Ich hab schon die ganze Zeit Messer, aber ich komm nicht so weit! Nein, diese hast du ihn getötet! Die wollte ich doch töten! Entschuldigung, aber... So! Nein! Nein! Das war gemein! Das war gemein! Du blöder Sack! Nein! 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 Boah! Hab ich das richtig gesehen? Boah! 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 Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mal Lust habt mitzuzocken, dann besucht den Discord der deutschen VR-Gemeinde. Dort spielen wir viele verschiedene Spiele. Ihr solltet mindestens 18 Jahre alt sein und ein VR-Headset besitzen. Den Link zum Discord findet ihr in der Videobeschreibung. Bye, bye! Bis zum nächsten Mal!